Auf den USC Münster wartet am Sonntag eine ganz schwere Aufgabe. Das Team, das immer noch von Co-Trainer Till Christopher Kittel betreut wird, trifft im heimischen Vollidom auf den Dresdner SC. Der Gast ist momentan Tabellendritter und gehört spielerisch zu den besten Mannschaften der Bundesliga. Der USC hat nach einer langen Durststrecke am letzten Wochenende endlich mal wieder gepunktet. Mit einem 3 zu 0 Sieg machten sich die Unabhängigen auf den Heimweg aus Berlin. Doch trotz dieses Erfolges geht Münster als krasser Außenseiter in die Partie gegen Dresden. Eine Überraschung würde dem USC sehr gut tun und Chancen auf eine erneute Playoff-Teilnahme wahren. USC Münster gegen Dresdner SC am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr. SC Münster gegen Dresden.